Moin moin Leute, was geht uns damit? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames mit dabei ist der Arako. Hallöchen! Hallihallo meine lieben Freunde! Ja, wir spielen heute Get Down auf Revi. Ja, und jetzt schlage ich erstmal den Typen hier. Toll, dieses Vibe. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viel CPS hast denn du? Ich halte mich nur auf 7 ungefähr. Und 8. Oh, vorne geht los. Fail. Was muss man hier machen? Runterjumpen oder was? Du musst versuchen ohne zu sterben runterjumpen. Okay. Also ich mach's auf jeden Fall schon mal falsch, glaub ich. Warte. So, so, warte mal. Ich hab bloß noch, ähm... Oh, Mann, ey. 4 Herzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Minus 4 Coins. Ass, ich fand ihr Coins dadurch. Ihr Coins ist nämlich eigentlich ein Scheißdreck, aber... Game. Alter, jetzt... Spacke ich in so'n Kackblock und komm hier nicht mehr raus, ey. Dreck und Respawn kann auch nicht, oder was? Ey, da hat mich einer runtergehauen, ey. Noch 3 Sekunden, ja, toll. Ja, wow. It's amazing. Krasses Game hier. Wow. Alter. Aber hey, immerhin Dritter geworden durchs Wacken. Alter. Ich bin sonst wie was. Ach, ich hab sogar... ...gesehen, wo du bist. Ich kann ausrasten. Aha, tu ich ja grad schon. Ja, tust du, richtig. Oh, es geht schon los. Alter. Ah, Hilfe, nein, nein. Ah, 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 ah. Hat den Boden nicht gesehen. Es können dich auch Leute runterschubsen, also pass auf, ne. Ist ja fies. Oh. Man sollte vielleicht schon mal springen, das wär ganz gut. Ja, und wenn möglich, ohne zu sterben. Ja, ich mein, man sollte auch mal zum nächsten Block springen und nicht einfach nur runterlaufen. Ja, wär manchmal praktisch. Manchmal, ja. Aber nur manchmal. Oh, ey. Ich hab den Block verfehlt. Ach du, Mann. Mann, 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 ey. So. Ich nehm erstmal den hier mit. Dann nehm ich den hier mit. So. Oh, ich bin hier da gerade. Aber nur gerade. Oh, scheiße. Was? Der heckt doch. Bestimmt. Du warst ein Block unter mir. Fail. Weißt du bist, bist ein Platz diesmal höher gewesen. Ja. Aber dafür war ich vorhin dritter. Ja, ja. Aber auch nur durch Backen irgendwie. Und ich hab... Nee. Wär ich nicht gebackt, wär ich weiter. Aber ich kann mir nicht mehr weiter runter, weil ich ja da drinnen geblockt bin. Oh, jetzt hab ich aber Mitleid mit dir. Ja, ich hab aber nicht mit dir, weil du Loser bist. Nö. Gar nicht. Was? Was ergibt, äh... 93... 93 plus 99, ähm, 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 ähm. Ergebnis. Warte, 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 warte. Oh, Teil der Matheaufgabe ist abgelaufen. Was ist das denn? Darf mach ich jetzt nicht vorbereitet. 93 plus 99, ähm. Ja, ich bin raus. Sowas mach ich nicht im Kopf, äh. Ist mir zu hoch, äh. So. So. Ist noch was. Da kann ich runter. Sollte aber nicht immer so viel Schaden mitnehmen, ey. So, 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 so. So, ich bin dritter, ich bin, ähm, fünfter. Fast tot. Auch, ja. Ja, ich auch. Deswegen sagt ich ja fast tot. Und tot. Haha. Ich war am Boden, ich hab den Boden berührt. Und dann war ich tot. Ich bin dritter gerade. Ich bin dritter. Ich bin dritter, du bist letzter. Ja, ich war vorher dritter und dann bin ich einfach abgerüstet. Jetzt tust du mir aber leid, wirklich. Du tust mir so leid jetzt. So. Du mir nicht. PvP in. Ah, die Stop-Phase. 90 Coins hab ich. Oh, Diamantrüstung. Oh, so, okay. Eisenrüstung. Lederrüstung. Okay, ein Schwerd noch. Oh, zwei. Alter, wie viel muss man denn hier haben? Scheiß, hab kein Schwerd, ey. Fail. Okay, ich hab bloß Rüstung und nichts anderes. Ich hab jetzt ein Herz mehr. Ein Herz irgendwie? Ja. Hat 50 Coins gekostet. Wo ist denn das? Ach, 15. Ja, ich hab bloß 16. Ich hab irgendwie, hab jetzt ein paar Lederrüstung gekauft und bin ich gar nicht an Schwerd wieder. Ich hab immer noch 40 Dings. Ich hab 16. Kann man gar nicht mehr überhaupt irgendwas noch kaufen hier? 30 Tränke. Äh, nö, irgendwie nicht. Ah. Die einzigste Rüstung, die ich mir leisten kann, ist die hier. Mach, ich kauf mir noch was. Ich kann mir Mütze und Schuhe leisten. Ich hab, Leder, kannst du vielleicht noch ein Schwerd kaufen, dass man's mal... Bisschen. Nee, ich hab null Coins jetzt. Warte mal, ist eigentlich Team an oder aus? Was ist an? Darf man Team oder nicht? Ja, denke ich mal. Steht hier. Na, Teamsverbot natürlich. Scheiße. Ach, das feigt jetzt, lol. Und dann hol ich mir so einen Scheiß, hätte ich das gewusst. Also gut, ich kämpfe jetzt mit der Hand gegen Diatypen und das hat nicht funktioniert. Das war klar. Glaube ich. Also. Ich versuch's so lange zu... Oh, und ich bin tot. Also, es ist ein enchanter Diatyp, ähm... Full-Dia-Enchanted mit Eisen-Enchanted gegen, äh, ein bisschen Leder und Hand. Ist natürlich sehr fairer Fight, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, macht Sinn. Na ja, immerhin bin ich Sechster geworden. Ich bin... Der wieviel geworden? Der siebte oder achte. Also letzter, ungefähr. Ja gut, ich bin ja auch als erster gestorben. Wenn er direkt neben mir so Diatypen spawnt, ging du keine Chance. Ja. Spawne mir nach. Was? Boah, join mir nach. Join mir nach. Hm. Ich bin noch ein einziges Ding, was noch auf den Servern gespielt wird. Hä, hä, hä. Oh, scheiße. Diesen einen Jump, den schaffe ich da nicht. Mist. Oh, ich hab den verarscht. Wow. Und siebten Sekunden geht's los. Perks, was? Perks, du bist noch keine Perks. Kaufe dir welche im Shop beim NPC des jeweiligen Minigames. Jo. Ey, die juckt mich nicht. Ich weiß es nicht. Ey, immerhin hab ich... Mit den Coin hab ich auch nicht geraft. Ich hab die Coins oder so, die ich dann später nutzen kann. Dö. Hier krieg ich... Du hältst fünf Coins für das Verstecken. Juhu. So, vorsichtig ein bisschen. So, 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 so. Äh, wo muss ich denn? Och, das ist doch kein, ey, wenn die einen runterschubsen, wirklich. Aber ich hab's noch überlebt. Aber ich hab's... Och, Mann, du bist doch... Leute, ich bin hier oben geblieben gerade. Fee! So, was, ich schubs jetzt auch mal einen runter. Oder er schubs mich runter. Geil. Minus vier Coins, ey. Easy. Also, wenn das mit diesem runterschubsen nicht wäre, wäre es gar nicht mehr so, steiße. Aber... Es ist so weh, mit runterschubsen. Welchen Platz hab ich denn? Seh ich... Ähm... Ach, da. Letzter. Letzter. Seh ich gerade auch. Ja, logisch, wenn ich, äh, ganz oben bin, oder? Ja. Macht Sinn, auf jeden Fall. Wow. Stimmt. Aua. Da darf ich nicht runterfallen. Kannst du... Egal. Ja, er ist gestorben. Da war einfach ein kack... Da war einfach ein kack Block, der mich weggeschubst hat, obwohl mir die nicht rankamen an den Dings. Ich war eben Dritter. Oh, Lucky Jump Boost. Wow. Ja, mit Jump Boost muss man natürlich auch vorsichtig umgehen. Ich hab gerade ein halbes Herz. Ich darf keinen Schaden mehr kriegen. Und ich bin... Oh, du bist Vierter. Es ist Skill, weißt du? Es ist einfach purer Skill. Ich bin jetzt gleich unten. Yeah, ich bin unten. Gewonnen. Ja, ja, ja. Cheaten kann jeder. Skill hat keiner. Außer ich. Verständlich. Gibt's irgendwie immer einen Block, wo man easy hin kann? Ja, ich hab die Mathe-Aufgabe richtig gemacht. Oha. 85 plus 24. 109. Oh Mann, da muss ich ja so viel Kopf rechnen. Das ist ja... Anstrengung. Wo kann ich hier jetzt hin? Ohne zu sterben? Lucky Mathe. Das ergibt 39 durch 3... Äh, 13. Die Aufgabe wurde richtig gelöst. Nice. Aua. Oha. Hilfe. Mach hier. Äh. Unlucky Rakete. Wow. Scheiße. Ach ja, die Schwämme, wie du schon gemerkt hast, sind entweder... Unlucky... Oder Lucky. Oder Lucky. Ich hab bis jetzt nur Lucky erwischt. Ja, ich hab eben schon wieder ein Unlucky bekommen. Hier, ey. Oha, du hast mich so überrückt gehabt. Ich bin 4. Ja, ich war 3. Du warst. Ey, ich bin nicht mal mit auf der Liste mehr, leil. Haha, du bist so schlecht. Okay. Map Rain, 3 von 3. Okay. Okay. Das war mein Tod. Gewonnen. Ich bin immerhin bis nach unten durch. Ja, wow. Das hat ja viel gebracht, glaube ich. Ja, ich bin abgerutscht. Dann dachte ich mir auch, dann kriege ich auch wenigstens bis unten durch. Oh, why not. Sollte mich vielleicht nicht immer so tiefe Blöcke aussuchen. Das gibt immer so viel Schaden. Wenn man dafür... Ja. Muss man mal aufpassen, wenn wir sind. Digga, ich hasse diese Blöcke, die mich einfach wegschubsen, ey. Oh, Lucky Kaktus. Du bist grad erster. Du bist grad erster. Und jetzt... Alter! Wichser! Digga, ich raste hier bald aus. Bin erster? Lol. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder erster. Also, du bist... Fast gleich auf mit, Mann. Ist halt eine Maschine, oder? Ich bin halt nur ein Mensch, weißt du? Alter, ich raste so aus jedes Mal, wie ich das runtergewerfe, ey. Oh, anderthalb Herzen? Dumm sein, Alter. Ich schmeiße euch jetzt alle runter. Scheiß auf den Wind. Nein. Scheiße! Scheiße, ich war unten. Ich war fast unten. Ah, flieg. Nein! Boah, das ist so... Ich hab dich grad runtergeschubst, weiße, Mann. Arsch. Ach, Mann, ey. Ich war so unten, aber ich bin abgerutscht vom Block noch. Und dann hat mir was ein Herz. Und dann bin ich gestorben. Ach, Mann. Oh, es geht schon los. 206 Coins hab ich heute. Schön. Wie viel? 206 Coins hab ich jetzt. Der 231. Ich nehme mir jetzt mal erstmal ein Steinschwert, so. Und dann gucken wir mal bei dir Rüstung. Ich nehme mir mal eine Brustplatte, die ich mir nicht leisten kann. Ich nehme mir die... What the fuck, ein Eisenschwert ist ja sau teuer. Ist echt so. Ich nehme mir mal ein bisschen Rüstung. Lederrüstung. Muss ausreichen. Mehr hab ich leider nicht. Äh, was kostet verzaubern? Stufe 2 Verzauberung. Ach, da brauch ich XP. Ach so. Okay. Erfahrung. Oh, wie teuer ist denn Erfahrung, ey. Nö, das wird nix. Ach, du. Ich glaub, da muss man noch viel besser sein. Ich hab jetzt nur so ein Billow-Equip. Ein Steinschwert, Lederrüstung und 4 Steaks. Und da hab ich jetzt 0 Coins. Für mehr reicht das nicht. Ich hab mir jetzt noch mal ein extra Leben dazugeholt. Eisenrüstung, zumindest an Brustplatte und Hose. Und, ähm, ne alten Holzschwert. Okay. Oh, da ist die Verbindung grad scheiße. Hashtag Verbindung ist RIP. Joa. Jetzt ist er wieder. Jetzt geht's wieder. Oh, natürlich sind der Meere gleich wieder so der Typ. Gegen den kämpfe ich gar nicht. Ja, direkt, ähm, scheiß. Ja, was hat der denn für Bogen? Was hat der denn für Bogen? Der hat keine Rüstung gehabt. Hab ich gesagt, das ist ein geiler Dude. Was ist das für ein OP-Bogen gewesen? Ja, echt so. Der hat mich einmal ge... Ich bin neben, ich bin neben den gefreut. Der schießt instant auf mich, weil er... Weil ich mich... Ja, ich... Ja, ich... Okay, das hab ich jetzt grad richtig gut verstanden. Scheiß Verbindung und so. Und, äh, dann... Also, okay, die Verbindung, die ist... Mal wieder richtig scheiße, ähm... Ich weiß nicht, ob er sich noch wieder eingekriegt. Ja. 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 Also, momentan ist es grad scheiße. Hab ich mich in... Man hört, das ist grad scheiße alles. Und join me. Join me? Nö. Tue ich nicht mehr. Hm. Hörst du mich noch, oder? Momentan ist es ganz ruhig. Ich glaub, TS ist grade so ziemlich abgekackt. AACO ist offline gegangen. AACO ist nun online. Also, ich glaub, der TS ist grade... Im Arsch. Dann würde ich sagen, werde ich die Folge an der Stelle beenden. Äh, wir haben jetzt zwei Runden gezockt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.